Oh, der Rush. Geil, absolut. Alles klar. Hm? Alles klarer. Jetzt schwitzen wir richtig krass dran. Den muss ich als Blöcke machen? Äh, pfff. Du musst... Also, du siehst es doch. Du musst 10 Bronzer und Noppexick machen, wenn sie nicht nach außen machen. Wenn sie nach außen machen, einfach nur 18 Blöcke. Links, okay. Okay. Mann. Oh, ich bin auch gefaked. Oh Gott, ey. Du hattest Klaralein. Klaralein down. Also, eigentlich hätte der... Eigentlich hätte der Litz-Labo machen müssen, auch der dritte, aber gut, ne? Ich hab dann raus vergessen. Ja, was hast du erwartet, wenn der Litz-Labo genehmen soll? Äh, da stand nix von Bo. Ja, der dritte nimmt Bo, das weißt du, wenn du zu mir erfahren bist. Ich bin vierte gewesen. Achso, ja, dann nimmt... Ja, ich hab doch gesagt, Lisa. Dann hat die andere Lisa. Achso. Boah, ja, nein! Ey, Lisa, such dir mal eine andere Lisa. Äh, eine andere. Such dir mal eine andere Lisa. Äh, Lisa, willst du ja nicht mit Bobo hochgehen? Oder bleibst du jetzt hier so stehen? Achso, ich... Hey, ich... Nein, die andere! Boah! Ja, das ist ja wirklich voll. Also, um das mal zusammenzufassen... Ich... Also, erst mal... Wie will man sowas nennen? You better go fk. Baut. Ich baue. Lisa baut. Failed. Lisa baut. Failed. Ich baue. You better fk. Baut. Ich baue. Um unsere... Um... Um... Um unser One-Stack-Geschehen mal zusammenzufassen. Nein, nein, wir sind einfach nur gut. Oh, ich hätte fast geschehen, Alter. Ach, nein. Ach, nein. Ach, nein. Ach, nein. Bist du denn... Wieso? Wieso schlubst einfach das Schaf runter? Ja, äh... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie ist das nicht so... Irgendwann der EC mit. Das war wie EC. Gut. So kann man auch in Schaf-Time. Ah, Lisa hat damit doch auch. Oh mein Gott. Ich bin so gut. Lisa treibt Schafe mit Stoppuhr. Lisa hat sie einfach runtergedrückt. Sie nimmt aber ihre Eieruhr aus der Küche. Und treibt dann Schafe. Meine Eieruhr. Bei Zehen hat sie noch nicht gelehrt. Ja. Äh, machst du's nicht so? Mach ich was falsch? Eigentlich schon. Du standest halt im Weg. Du bist halt breiter als der Türsteher, weißt du? Aha, okay. Also von drei Blöcken habe ich weggeschubst und ich auch, ne? Ja. Warte, ich helfe dir jetzt mal nicht. Ich will jetzt mal gucken, wie du Schafe teilst. Okay. Also. Also. Da weißt du, wie lange ein scharfen Bauch so? Ja, 20 Sekunden. Ja, dann explodiert's, ne? Also, ich werd's ein bisschen früher. Achso, ja. Ja. Ja, so. So. Achso, es sind zwei. Warte. Warte. Wieso willst du eigentlich ihren Spawner aufsprengen? Wieso willst du ihr Dach aufsprengen? Achso. Achso. Ja, das hat sie nicht so gedacht. Okay, dann machen wir das jetzt. Ja, das ist so eine, die scharfen da liegen. Was ist da? Was ist da? Oh, ich muss was machen? Was ist da? Du musst das Schaf vorne dran treiben. Du, das ist perfekt. Weil dann kann das ja hier drauf. Vorne vorexplodiert. Oder das wär trotzdem früher. Das wär witzig. Oh, jetzt hab ich nicht auf... 1... 2... 4... 5... 6... 7... 5... 10... Nein! Nein! Ja! Jetzt hab ich glaub ich auf die Zeit gegeteilt, ey. Jaaaa... Ich wurde runtergeschossen. Erster TNT-Shirt-Serk, wo ist das zweite Staffel hin? Hol ja mal gedacht! Jaa... So als Traumziel, so, so CW-Spielerin mit... Ich hab so gewonnen im CW so 100€ Timed über Schafe, oder scharfen Timed, was weiß ich Eigentlich wärs viel besser fürs Team, wenn einfach Lizza timen würde Das wär echt besser Soll ich mal irgendwie eingreifen? Jaja, komm Oh mein Gott Als ob ich so unkompetent bin Nein, rede dir das bloß nicht an Ja, wenn wir's ein bisschen ändern Ich weiß auch nicht, warum ich mit das Team Aber mein Gott, ich bin so unkompetent Nein, gar nicht Ah, ich bin so unkompetent Nein, nein, Zufall Ja, glaub, ne? Denkst du auch? Ja? Ja, ist alles Zufall Ich glaub auch Ich time nie wieder Schafe, okay? Zumindest nicht, nein Halt die Häuschen weg Das war ein Schuss in den Ofen Ist so Ist so Warte auf Klarer Leintschwitz mit dem Rot Eigentlich haben wir jetzt nur wegen dir gewonnen, ne? Wegen dem Anfang Ich weiß Wie viel Block hast du geschafft? Es waren, glaub ich, schon über 2, oder? Hallo Gott, ich hab deine 1-6-Skills extrem Ne, ich guck einfach nur und frag mich, wieso du keine Chesterlater hast Ob du jetzt schon wieder scharfe timen willst Nein, scharf Die timen scharf Äh, du weißt aber, dass man 1-Click macht auf 1-Stack, oder? 1-Click? Nein, du machst 1-Stack auf 1-Stack, weißt du? So 1-Click? Ja, 1-Click auf 1-Stack Hä, was denn 1-Clicken? Willst du da 1-Click? Du bist, äh, ungefähr, so sag ich mal, von 20, äh, 1-Stack-Blöcken gehst du, wenn du normal hoch gehst, ungefähr, äh, 17 hoch und wenn du 1-Click machst du 20 hoch, also ein bisschen schneller Da war's noch Da war's noch 1 oder 2 Ist so dann Bon.